Wenn wir über den Shoutout MC Smoke müssen wir dann jetzt aufgrund unserer gestrigen Twitter... MC Smoke? Ey, hab ich heute blockiert, weil er sich als nicht ausgegeben hat. Oh. Soll ich nicht machen, Anwalt in Post kommt. Ja, weil in diesem Trau-keinen-Promi-Film vielleicht aber auch nachvollziehen wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Shoutout an MC Smoke, wer immer du bist, wer ist denn das? Kennst du den persönlich, MC Smoke? Jetzt bin ich schon wieder total irritiert. Kannst du aber nicht da im Internet Typen abfeiern, würde ich nicht vergewissert lassen. Guck mal, wie schlimm sie jetzt sind. Das ist nicht immer noch deutsch. MC Smoke ist einer Verkunst. Weißt du, wie geht das hier? Du bist auf den Identity-Flap von MC Smoke reingefallen, das ich als ich ausgegeben habe. Und du hast gedacht, dass ich das bin. Aber wirklich als MC Smoke selbst. Sehr verarsch. Meine Damen und Herren, recherchieren wir uns mal nach im Internet. Und wenn sie es nicht hinbekommen, gibt es nächste Woche nochmal eine extra-diepe Version von Recher im Internet. Dende-Edition. Das ist der einzige eine unvergleichliche DIN-Bahn. Das ist der einzige eine unvergleichliche DIN-Bahn.